Willkommen zurück bei Ghostrunner, liken, abonnieren, wir kennen das Spiel, wir machen weiter. Ich glaube wir laufen gerade auf einem Boss zu, wir spielen immer noch das Hell-DLC. Wir sind immer noch wahrscheinlich häufig am Fan. Ich habe mich daran erinnert, dass man nicht immer alle töten muss, aber dass das oft einfach ist. Ich mag das auf den Thronen reiten, eines der sparsigsten Sachen. Mal sehen, da wäre vielleicht auch noch was von dem Architekt, heißt er? Ich glaube der hier ist Architekt. Oh, 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 oh. Hi. Hallo miteinander. Nicht ein bisschen friendly? Nein. Ich muss hier oben lang, ja. Ähm. Ich bin nicht gestorben, okay, das ist ja schon mal was. Nicht sterben When I find myself in trouble Okay Ich kann aber glaube ich immer noch nicht durch diese Dinger durchschießen Wo Da oben Was auch immer er mich grad da getötet hat Ich zieh es nicht ein Ich call Hex Lass mich mal kurz mein Schild wieder kriegen, klar Danke Wohlan Ey Ich sage böse Wörter Ich dachte ich hätte ein Schild Ich dachte ich hätte ein Schild Und hab deswegen nix gemacht Schlitz 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 Weiter rennen Wenn ich hier schon mal Rage habe Benutze ich die doch Du bist noch am Leben Sag mir das doch War plötzlich so'n Blazer Hier Oh Jack Ja das ist der Ghostrunner Genau Jack ist der Name von den Ghostrunnern oder den Namen den sie ihm gegeben haben Ghostrunner haben keine Namen glaube ich Das ist der Ghostrunnern oder den jemanden Alles Fair Ja das ist der Ghostrunnern oder so Nollem Ja das ist der Ghostrunnern oder so Ja das ist der Ghostrunnern oder so Man muss wieder weiter Du wirst sterben! Geh, Kee! Ich will überspringen, unlocken, unlocken, weiter rennen. Rage? Ah. Noch kein Rage, okay. You good, bro? Yada yada. Yada yada. Genau. Ja, ja, ja. Wer sagt das? Overwatch. Sagt der eine Typ aus Overwatch nicht? Nee. Ich wollte mir die Rage klauen. Und diese alle mit einem Schlitz töten. Warum konnte ich nur einen Schlitz machen? Oh. Da wäre ich zwei perfekt ab, um die zu töten, und der dritte. Bro. Ich brauche deine Hilfe. Okay. Yukozo. Yukozo. Das hätten sie auch besser machen können, dass es hier offen ist. Nein. Come on. Come on. Turn the radio on, it's Friday night, and it won't be long. Hier noch einer. One's still alive. Hier ist. Temporst! Ich sehe da noch Rot. Ich sehe noch Rot. Was? Okay. Team S, Sir. One of my squad has just been wiped out. My health. Loaded. What are you doing, machine? Insufficient visual identification. Are you trying to tell me that was a non-purpose? And terror occurred. I am just a machine. Clearly. Oh. Doch, ein Choke, oder? Weiss nicht, wie wir da hin kommen. Can we close? Ah, schneller. Schneller. Oh. Ich dachte, das Ding öffnet sich. Nein. Uh. Uh. Ich. Hi. Boah, das sind ja wieder ein Haufen. Hi. Was soll ich gegen diese Anzahl? Auch wenn ein Haufen von denen natürlich nur Lakaien sind. Ich möchte nicht. Anspringen. Nein. Ich dachte, ich land auf dir. Weiter rennen. Weiter rennen. Schauen wir weiter rennen. Da ist irgendwas wichtiges, nicht? Hier ist auch irgendwas wichtiges. Give me the rage. Schatz. Oh! Oh Woah! Oh shit! Die kommen mir alle nachgerannt. Ääh. Ja, tu und die. Please die denn. Schaut euch das an. Die kommen mir echt alle nachgerannt. Oh shit. Hm. Jetzt anscheinend nicht mehr. Ich muss da und da irgendwas treffen. Okay. Oh, nein. Oh. Ist also wieder alle töten, oder? Ich glaube. Ich glaube, ich muss ja alle töten. Ja, ja, ja. Uh. Upgrades. Ah, nee. Hier wurde der Ghostrunner zusammengebaut. Sieht ziemlich nach Ghostrunner-Schwert aus, ja. Oh. Have you found the leader yet? No. There's nobody here. Get after them. Now. Acknowledged. Oh. Oh. Sie hat den Ghostrunner am Lieberhand? Nicht zerstört? Ich habe das alles raus. Wir gehen auf deinen Weg. Wir haben Jack hinterlassen. Das ist das rotes Originalspiel. Ja, er springt ja runter, fehlt einer. Komm schon Zoe, wir haben den Golem. Wir haben noch einen Schuss an das. Dolem. Sie war ja... aber... sie war ja anscheinend Ghostrunner vielleicht. Seltsam. Okay. Irgendjemand hat bestimmt sehr große Auswirkungen auf Lore, die ich jetzt nicht weiß. Welches Sektor? All sie. Wow, okay, äh, ich kann das machen. Sie werden wahrscheinlich schnell rauskriegen. Die zentralen Admin sind keine Schmerzen. Sie braucht nicht sehr lange. Oh. 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 No idea. Oh, okay. Konnexion established. Du bist auf in 3, 2, 1. Das ist Connor Muller, der Rebellion des Climbers spricht mit den ganzen Verlässern. Sie können nicht mich, aber ich sie wissen. Ich bin von Ihnen für die Jahre her. Ich bin von Ihnen für die Jahre her. Wir, die Climbers, haben wir unser Fehler gemacht. Okay. Remember that unlucky guy. The one executed on his knees as you were passing through. The guy you were happy not to be that day. Guess what? Today you are that guy. Today the shooting won't stop. Today they're not coming for your neighbors, your brother, or your cousin. Today they're coming for you. You can't wake them up. You can't run or hide. You can't pretend it's not about you. Today push comes to shove. Cover your ears and pretend it's not happening. Or listen to what I ask of you. It's really simple. I ask you not to die. On your knees. I ask you to make them pay. I ask you to make them pay. I ask you to grab a gun. A knife. What can you do? If that's all you've got, go out there. Go out there and make them pay. They want us dead? The base will not go down quietly. Together. Together. We'll give it all we've got. Hand in hand we'll fight. Believe. Kill and die if need be. Hand in hand we'll fight. Believe. Kill and die if need be. Today. Today we climb. Okay. Very inspirational. Yes, yes. Fuck. I'm out. Eh, where do I need to go? Ah. Get me out. Get me out. Get me out. Get me out. Schlies. 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 Uh. Blinker? Hei's Blinker. Sind wir Blinker? Blinker. Is her good. schnippe auch schnippe hier noch kriegen wir hier ich dachte wir kriegen ja wahrscheinlich okay wir müssen dahin ich habe gesagt wir müssen etwas unten bleiben dafür und von hinten drauf da ist wieder so ein riesenroboter liebe ich ja natürlich weil es gar nicht die stärksten gegner sind war das gerade ein ninja mann aha weiter geht's ich kann rekennekt wir lockt out got all the time I needed let's hope it's enough to stir up some resolve sure but now where do we go weich die ist expandable okay aber wie wegwerfbar diese heute sind sehen wir es in der nächsten folge danke fürs zuschauen und hört sich bis dahin ciao ciao